Der Trend zum angezogenen Tailoring ist wieder ein ganz großes Thema. Wie man es zum Beispiel hier sieht mit Mänteln, natürlich der Blazermantel, aber auch der Trench im Glencheck Muster und auch der Blazer so ein bisschen oversized geschnitten. Das ist wieder ein Thema, was auch viele Frauen gut finden, nicht nur im Business. Ja und solche Mäntel sind natürlich auch sehr stylisch mit beschichteten Materialien, da kommt man auch gut durch den Regen. Ja und ich finde das kann man sehr gut stylen, sowohl sportlich, indem ich es zum Beispiel mit solchen Grashopper-Styles mache oder natürlich auch mit Pumps, sehr feminin, mit Perlen. Ich glaube beides funktioniert. Achso ja und rosa, pink. Pink, pink ist hier sicherlich das Motto. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.